. Es war einmal ein kräftiger Junge, der hieß Kaspar. Er aß seine Suppe täglich brav mit seiner Mutti, doch auf einmal fing er an zu schreien. Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag schaut her, da war der Kaspar schon viel magerer. Als die Mutti mit der Suppe kam, der fing er wieder an zu schreien. Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tag war Kaspar schon recht dünn und schwach. Als er die Mutti mit der Suppe sah, der fing er wieder an zu schreien. Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am fünften Tag sah er in großer Not, denn Kaspar war tot. Drum, liebe Kinder, esst schön drauf. Doch, und wer kann denn noch sein? Ich esse meine Suppe nicht. Ich sehe ihn nicht. Die Strecke. Entdecke zu ihm. Vielen Dank.